Jo Leute und was geht? Heute spielen wir mal wieder eine Runde Slime Ranger, wie ihr es vielleicht nicht bekommen habt. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen was einhimmeln. Wie ihr wisst, habe ich hier ein paar Hühner reingeschmissen zur Folge. Wenn ihr die nicht angeguckt habt, dann guckt ihr euch leunigst an. Und ja, ich werde jetzt hier noch alles wegbringen, also alles verkaufen und ich werde jetzt auf die 10.000 da drüben sparen. Weil ich weiß auch, ob da drüben irgendwas mit diesen Bohrern oder so machen kann. Also ich weiß das, ja. Ich muss mal kurz was kaufen. So, jetzt kommen die da oben nicht mehr raus. Das hat mich gerade so hart genervt, dass die da oben rausgingen die ganze Zeit. So. Heute dürfte keiner mehr draußen sind. Wie kamst du jetzt hier raus? So, ich... So. 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 People are Fahrzeug an. So. Babe. So. So. Wie ist das passiert? So. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier auch Hier mal alles ein Einfach schon wieder voll Also Felsplatz kommt echt, echt sehr, sehr viel raus Ah, die bringen halt auch nur 16 Oh, kein Tankbuch, ein K2 Ich bleib bei den Slimes, die ich gerade habe Bei dem bleibe ich Jetzt habe ich hier erstmal alle Hühner außer 2 Oh, das ist plötzlich zu Ende noch sehr geil Da kann ich mir mal mal umher Und dazwischen sind mir nicht immer noch welche, noch mehr Wenn hier irgendwelche sind Oh, Alter Dieser scheiß verfressen Garn Diese scheiß pinken Slimes, die wollen echt immer nur dieses scheißfleisch Die wollen echt immer nur dieses scheißfleisch Was ist denn noch? Oh, Alter Der soll ein Steinküken Alles So Gucke ich hier nochmal weiter, ob hier eine K2 Oh, okay Das ist ja drüber gelaufen bin RIP Sorry für die Hintergrundgeräusche So So, ich werde jetzt die noch ablücken Und Das hier unten noch hören Was Oh ja, wo das ist Nein So Was war hier hinten Obwohl, nee Das erkunden wir In der nächsten Folge Das erkunden wir in der nächsten Folge Oder komm, nee Machen wir es jetzt schon Oh, cool Ich wusste nicht mehr, dass es da noch eins gibt Ich wusste nicht mehr, dass es da noch eins gibt Gibt ja auch mal irgendwo Bühne Bühne Bühne? Nee Okay, also müssen wir doch weiter gehen Aber da geht's wieder da Da geht die ganzen Küken da rein, dass die Erwachsenen dann verfüttere ich die Ich bin jetzt auch mal Oh, okay Wir sind ja schon mal Da geht's Oh, okay Morgen. He is going home. I'm going to lose your fingers. That's right. Und die Bomben sind fast... fast alle erwachsen. Was weiß ich, das sollte ich wahrscheinlich noch. Und dann lagere ich das hier mal alles aus. Aber wie ich das verkaufe, seht ihr dann in der nächsten Farbe. Ich sage jetzt noch alles ein. Ich sage, ich möchte euch überraschauen, dass ich die Führerse Lorde. Oh mein Gott. Los Tänzer.